Ihr müsst einfach nur reinhalten. Komm einfach reinhalten. Standort durchgehend. Komm, da fallen schon viele. Hier, die pushen links, die pushen links. Die pushen links, die pushen links, die pushen links. Haltet Dicks gegen. Ihr müsst Dicks reinhalten. Haltet Dicks rein. Halt Dicks, immer auf die Baustelle. Guck erster down. Komm, nimm mal den vordersten. Immer den vordersten. Zweiter weg. Direkt vom FABHQ. Das ist tot, Jungs. Ritter weg. Komm, FABHQ. Komm, FABHQ. Achtung, wir sind wieder. Die passen auf, die die dauerung. Die fallen alle, die sind alle um den Field. Kuh bei der Baustelle da. Regierungsgebäude. Jetzt gehen wir entgegen. Komm. Wir sind hinter dir. Oh mein Gott, was mach ich hier gerade? Komm, wir gehen jetzt vor. Wir gehen jetzt vor. Haut ab, wenn ihr einen Unfall macht, Digger. Ihr seid Helden. Ey! Digger. Ruhal. Genau. Genau. Das ist das, was ich über alles hasse, Digger. Gegen Fahrspur totfahren, Digger. Das ist kein Pitten mehr. Wenn das Pitten ist, bin ich ein Bastard. Ja, der fährt direkt weg. Guck jetzt, guck jetzt, was kommt. Guck jetzt, was kommt. Was? Guck jetzt, was er macht. Genau so, Alter. Und nicht anders. Ich glaub es nicht. Ja, der Herr, wa? Ja. So, wie zum Thema. Dankeschön, ne? Ja, das hätte ich die scheisse gelaufen. Das ist wirklich scheiße gelaufen. Das wird wirklich scheiße glauben, aber. Es, es hat. ja endlich ich würde mich würde es interessieren wollen sie heißen ja also mein kleiner bruder mein anderer bruder heißt kursa kukula kursa blazer mein anderer bruder heißt kongolo bambolo salulu da habe ich noch ein ustaza pashashamambolo und noch ein kernschwester kalila momala chilela ok ok da kann er ist ja bekannt für eine sehr mächtige ein sehr mächtiges land was auch sehr gut ausgerüstet ist kennen sie denn ihren kampfschrank mal kurz so einmal hier sagt zwei minuten so hallo ja kann ich wieder haben natürlich ach so jetzt wusste ich erst überlegen total warm brauchen wir einen sanitäter wenn sowas wie jetzt gerade passiert dann bestimmt ja gut vorhergesehen dann schicken sie erstmal den sanitäter dazu nehmen auch okay egal also ja ich kann oh Mensch fick dich doch du scheiß türe hallo dir geht die türe nicht zu ich bin ein rap ich bin rap ich bin rap ich bin rap der nächste tote der nächste class Da kommt ein Auto Leute. Ne, das steht da hinten. Das gibt's doch nicht. Da steht hier ein Zelt schon da. Aua! Ich hasse Leute, die einfach kein Auto fahren. Was hab ich denn? Eine Zwangsverstreckung. Der Kollege legt ihnen schon mal die Ansteine an. Nein, warte, warte. Wir erklären es erst. Warte. Nein, 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 nein. Alles mit der Ruhe. Hey, Waffe weg! Nein, nein, warte mal. Fuck, Digga! Fuck, 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 fuck! Ich musste nachladen, Digga! Ich hab' dir wieder geschippert, Mann! Was ist das für ein Bustard, Mann? Er kommt immer her! Ey, dieser, Digga, Cockrate, ne? Er kommt jeden Tag, kommt er zu mir, Digga? Jeden Tag! Äh, mal sag' mal, sie haben ne Akte. Der Laubert safe nur! Er laubert... Der Genshop wird da scheiße gebaut. Ich war derjenige, der es nur gemeldet hat. Legt mich! Fuck! Wieso? Junge! Wieso muss jetzt die Insel kaputt gehen? Ja, geschrien! Scheiße! Die fahren jetzt aktuell noch ankommen. Scheiße! Ich glaube, das Auto müsste auch sein. Aktuell hätten vier Fahrzeuge am Sägewerk gesammelt. Ja, warte noch auf den Rest, mach' die Fahrzeuge voll und dann fahren wir zusammen an. Ja! Was haltet ihr davon, wenn wir uns eher Richtung... Ich bin hier alleine mit dem Gewicht unten im Sägewerk und wie die... Komm' zurück! Wie viele TV's circa? Zwei Fahrzeuge wahrscheinlich voll besetzt. Ja, jetzt haben wir hier mehrere... Kleine Fotze, Digga! Denkst du, ich seh' dich nicht, Digga? Okay, Digga, das sieht auf jeden Fall clear aus. Kurze Info zum Ablauf im KH1 jetzt. Die FAB-Agents machen soweit die Akte fertig. Das ist soweit der Schwabwaffe, der Raub auf die Staatsbank. Und das LSPD macht dann... Erst macht die Fahrzeuge voll und dann fahren wir zusammen an hier. Was haltet ihr davon, wenn wir uns eher... Vicky kann hier nicht weg, ich bin hier alleine in dem Gebüsch zwischen Sägewerk und PD. Die steigen jetzt schon wieder langsam in die Fahrzeuge ein, also... Die verfolgen uns, verfolgen uns. Die kommen auf uns zu, die kommen auf uns zu. Die machen sich jetzt entspannt. Set, komm! Lieg, liegt, 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 liegt. Ich hab' mich ergeben! Warte, 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 warte! Was? Was? Und sich den Voll faschlagen. Was? Was? Ich komm! Alter. Alter! Alter, Nein, nein, nein! Du Hund, Alter! Tessie! Du hast die Gefahr! Ey, ruf die Fahne um zu rück! Ja, eine, eine! Versammte Scheiße, Herr Hilton! Was ist denn passiert, Bonastera? Erste Abmahnung für Sie heute, ja? Excuse! Erste Abmahnung für Sie, Herr Tassi! Sie wollten unbedingt mitfahren, ich bin Ihrem Wunsch nachgegangen, Herr Hilton! Meine Erektion geht weg! Ernsthaft? Tassi! Tassi, meine Erektion geht weg! Ihr seid echt eine Gefahr für euch selbst! Ihr seid echt eine Gefahr für euch selbst! Okay, man! Versammbleiben, macht mich bald auf Scheiße! Auf bald! Bald auf Scheiße, Mann! Bald auf Scheiße, Mann! Ihr kommt zurück, ihr kommt zurück, macht Platz! Oh mein Gott! Achso, das ist MG13! Oh shit, oh shit! Scheiße! Okay, warte, warte! Jetzt kurze Scheiße! Pause! Pause! Okay, warte, dann geht's! Warte, warte, warte! 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 Wir sind ausgestiegen, wir sind ausgestiegen! Halt! Guck! Was machen die da? Guck mal, was sie da machen! Jetzt wo besuchen wir mal, fav Said... Das warte… Warte! War反BR die Ding! Warte, habe mich im Yahki-Funke gehört! Ich muss powernetten, ich fahrmechanisch ziemlich zurück, thank ja! R KNOW GEHTEN! Ja, red das einfach nicht! Nein, Junge, fahr nochmal schnell weg, Dick! Ich muss powernetten, bevor man noch irgendwas hört! auf jeden fall in den schenkel klatsche also also wirklich schnell bevor man was hört na klar bin ich bin ich natürlich wieder tot ich habe nichts gemacht ich habe gesagt ich habe mich wenigstens stabilisiert oh scheiße oh scheiße jungs direkt weg wenn opel sauer ist ist erst trage ball in zaga nur damit du es weißt sonst gebe ich ein fick auf diesen hype yeah baby nein ohne dich kann es nicht sein wir beide zu zweit die bonnie und klein fliegen uns entgegen bis in die uneinigkeit uneinigkeit ja ja